Schläger kann die mit dem Revolver run hinten die Feature was ist das denn SMG mit Feuer die nehm ich mal kann ich mit den Dingen bisschen Feuer noch auf sprayen Boah scheiß Bömer muss hier gerade mal fünf von den Dingern hier kaputt machen Die geben aber nach Erfahrung mein Ah man mein Auge, voll ekelhaft Nimm's raus Das ist doch nur aus Glas Ne aus Wurst Ausgewachsener Skeg Stopp Ein grüner, grüner Mega Skeg Äh ich komme Nicht sterben Ich kann nichts anderes machen außer sterben Doch, an dem bleiben Nein, ich weiß nicht Klumpen Oh Gott, komm Männer Ich geh gleich noch Kaputt Ah geht doch Ekel Ja, jetzt kommt der Brom auf einmal an Lol Ich geb ihn One-Shot einfach so, es kommt zu lecken Und bin ich eigentlich voll leiten Ich hab ja gerade übelst Ich hab das Level Up Stimmt Level 15 Ey Ich hab schon hier kommen noch Moni Ehh, ein sniper hab ich ein bisschen schaden ist geht ach so wenn ein töten und ja es ist später war ganz gut sind also late game sachen so ja kommen wir zu mir ich will da unten in die ecke das bestimmt irgendwas böses den kläppchen müssen auch das geht damit das grüne talenten ist eine sechste schläger ja ja da müssen wir den lang aber hier hinten ist eine kiste oder bei mir was denn du warst da gerade noch nein die ganze zeit hier das ist eine kiste aber ich wette da hinter der ecke ist irgendwas gegner mädchen kisten umsonst feuer peter kannst du haben wenn du willst ich abschneiden kauf gerade ist nämlich alles er ist ganz gut wenn er denn deine revolver money anhaft so immerhin was zum anzünden brenner brenner erbrenner brenner brenner der psychopat er brennt schon noch einer ist ja super ich würde ganz gerne mal nach was schreien ja dass sie es nicht rausgepatscht haben hier mal ein smg das ist aber die zielgenauigkeit die da richtig geil ja jetzt sehe ich und das ist schon scheiße jetzt auch hier vor allen dingen naja verkaufen die kraft und ziegelstein schmeißen freut man sich dass das ohne worte naja ist ein konzert man nicht so selten das findet man ja recht oft im spiel ja ich meine 4 15 theoretisch meine genauer explosions gewehr und raketenwerfer mache ich als shotgun ich habe im prinzip nur noch shotgun und ein bisschen smg aber immerhin noch nix dickes bei also bleibt es schön ja muss ich ist noch mal ein bisschen gut ja am anfang ist das echt das beste weil die panzer haben später bringt das aber gar nichts mehr warum wir sind zurück oder durch natürlich müssen das reparatur gibt noch hin müssen die alle alle krebs reparieren dann kriegen wir mal drei mit habs dort ja es klappt das low level nicht so gut drin stehen ich weiß gar nicht warum das spät erklärt man wollen schreien so schön Ja, das nervt. Ja, Pilze. So, macht Spaß. Da steht schon wieder einer. Sag hallo zu meinen... BOOM! Macht gar nichts an Schaden. Yeah! Oh, brennende Granaten heute. Die Rakete? Kann ja nicht sein. Ja, ich weiß gar nicht. Manche Raketenwerfer sind irgendwie komisch. Ey, jetzt stand sie nach vorne. Ja, ich hab's gar nicht. Macht's wirklich an einer Zeit. Oder bist du das? Nee. War nicht. Uh. Ja, zwei. Okay, die sind geslowed. Nein, noch mehr. Ich bin fast kaputt. So, das müssen wir... Ja, hier kommt gleich das Reparatur-Kit irgendwo. Ja, da liegt's ja schon. Ich bin versteckt. Ich gehört trotzdem noch bis zum Ende gehen. Dann kriegen wir noch eine Kiste. Wir müssen das Ding reparieren. Großer. Nee, bleib oben. Lass erstmal noch das Spende laufen. Komm, jetzt noch mal ordentlich Gags und dann kriegen wir noch eine Kiste. Weil es kommt noch mal richtig viel, glaube ich. Komm schon der erste große. Dann kommt noch einer. Oh nein. So, schön. Sterben bitte. Nette Teile. Nochmal zwei. Ich sterbe. Nicht schön. Aha. Ja. Todesschreiend Instant Level ab. Das ist natürlich wunderbar. Ja. Ich hab noch nicht mal gesehen, als ich tot war. Ich hab noch zwei Spiele am Leben. Ja, jetzt fallen die ja oben. Ja, weil du jetzt zwei Level hast wie die. Ich bade einfach nur irgendwo hin. Ich will schon treffen. Ich will schon treffen. Ich will schon treffen. Wenn die mal treppen. Na, stirb. Danke. Oh, keine Muni mehr. 20 Schuss. Schautgang in den Arsch. Ich pumpe ihn mir in den Arsch holen. Vielleicht noch. Oh, ein Sniper. Toll. Ein Magazin. Oh, sogar zwei Kisten. Cool. Yeah. Ich brauche eine Munition. Ich hab noch ein Magazin. Ein Schild mit 100 Null für sich. Braucht keiner. Und Granatennemotzone Ende. Ja, wir haben nicht einmal diesen komischen Leben absaugenmod gefunden. Der droppt eigentlich nur hier. Weltansfall. Gucken. Immerhin eine halbwegs gute SMG, wenn die noch schnell schießt. Was sie nicht tut. Dann zieht sie doch scheiße. Boah, so langsam? Ja. Ist ja krass. Das ist natürlich eine wahnsinnig gute Waffe. Für den Soldaten. Nicht mal. Der kriegt ja erst wenn er was killt. Er hat ja nur so ne Scheiß Skills. Wenn du was killst, bist du super. Wenn nicht, dann nicht. Also bist du überhaupt nicht super. Der Soldat ist immer gleich scheiße. Er kann nie was. Er kann heilen. Er ist halt immerhin zu etwas nutzer. Toll. Heiler sind gern gesehen. Das Spiel nicht. Worauf der uns ne Kiste gibt. Ne, wir tanzen nur. Ja. Das ist wirklich kick. Boah. Ja, dann würde ich sagen, können wir aber theoretisch verhandeln. machen. Weil wir sind hier fertig. Oder? Äh, deswegen poppt deine Wand. Ist so schlecht. Ja, die können wir früher später noch killen. Die Teile. Ups. Also, sind wir fertig oder nicht? Wir sind fertig. Gut, dann sag tschüss. So, bis zum nächsten Mal. Ja. Und kommen soll ich sehen. Es wird wahrscheinlich nicht so viel passieren, aber... Ja. Egal. Ja, tschau. Tschüss.